Der 20. Dezember, einen schönen guten Morgen von der Zuschke und Bienenvermittlung. Wie versprochen, wir sind soweit. Wir wollen den glücklichen oder die glückliche Schule oder Einrichtung losen, ziehen und gucken, wer denn diesen Raumlüfter, den wir hier zur Verlosung gestellt haben, der Viren, Bakterien in der Luft erkennt und das zwingende Lüften, süßige Lüften somit erspart. Und wir wollen schon ans Verlosen gehen und mal gucken, wer derjenige, der glückliche ist, der da bei uns gewonnen hat. Ich freue mich und zwar ist es die AWO, der AWO Kindergarten Maria Kubasch in Radibor. Derjenige, der diejenige bei uns mit runtergeschrieben hat, möchte sich bitte melden oder die Einrichtung selber, damit wir in Verbindung treten können, damit wir den Lüfter übergeben können für einen kleinen Beitrag, den wir leisten wollten und somit gemacht haben. Ich danke Ihnen fürs Mitmachen, ich danke Euch fürs Mitmachen und wünsche vorab schon eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt schön gesund! EismИ Eismund Eismund